Ich bin Nick und ich bin Ann-Kathrin und wir studieren beide angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft im Bachelor an der TU Ilmenau. Ich habe mich für dieses Studium entschieden, weil ich den Praxisbezug ziemlich interessant fand, man sich hier sehr gut verwirklichen kann. Mir persönlich gefällt es total gut, weil ich eben genau das machen konnte, was ich wollte, nämlich in alles mal ein bisschen reinschauen und mich dann in die Richtung mehr entwickeln, die mir wirklich dann Spaß gemacht hat. Zu den Professoren ist der Weg nicht so weit, wie man sich das vielleicht manchmal so vorstellt. Wir sind ja am Campus eigentlich so eine große Gemeinschaft. Dadurch, dass es ein interdisziplinärer Studiengang ist, muss man sich dem bewusst sein, dass auch Fächer aus anderen Fachgebieten dabei sind. Also da kommt selbst so ein bisschen Psychologie und Wirtschaft mit rein, wo man im ersten Moment bei Medien gar nicht so sehr dran denkt. Also ein bisschen Programmieren wird man auch im Studium machen. Aber so lernt man praktisch Medien von allen Facetten und kann nachher so ein gesamtheitliches Bild daraus machen. Es gibt ganz viele Praxisprojekte, die man in sein Studium integrieren kann. Zum Beispiel Filme drehen, im Radio, sich beteiligen. Den besten Kaffee am Campus bekommt man im Studentencafé und dann kann man ein bisschen quatschen. Ich bin sehr gerne in der Bibliothek, aber eigentlich lerne ich auch einfach gerne in Vorlesungen und sitze dann da mit meinen Kommilitonen zusammen. Das ist einfach, glaube ich, unersetzlich. Für mich ist es so ein bisschen das Große und Ganze, was mich total begeistert hat. Also wenn ich zum Beispiel eine Zeitung lese, dann verstehe ich die Theorie dahinter, warum dieser Artikel so aussieht, wie er aussieht. Wenn man hier mit dem Bachelor fertig ist, kann man eigentlich gefühlt in jeder Richtung irgendwo was damit anfangen. Ob es jetzt ein anderer Masterstudiengang in ein bisschen andere Richtung ist, wo man sich dann spezialisiert oder auch ein Unternehmensbereich, in dem man gar nicht denkt. Also man kann auch als Medienstudent in die Industrie gehen. Für mich ist AMW wie eine Bergwanderung. Es fängt seicht an. So in der Mitte würde ich sagen, ist es am anstrengendsten. Es endet auch seicht wieder. Und die Landschaft ist auch immer schön. Unser Studiengang Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft in drei Worten. Kommunikativ. Chancenreich. Und vielfältig. Kommunikationswissenschaften. Untertitelung des ZDF, 2020